Sein gegrüßt und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Overwatch mit mir im Steve. Wir sind wieder mal in King's Row, aber nur im Übungsgefecht und nicht im Aufstand. Ich habe mir mal gedacht, ja, das ist die letzten Tage so viel Aufstand gespielt. Und, ja, waren wir jetzt so viel hintereinander. Ja, ist ja okay, entspannt euch. Und, oh ja, Matchmaking for the win. Und, ne, ich hatte jetzt mal Lust wieder ein bisschen was anderes zu machen. Zumindest in dieser Folge machen wir mal einen Überraschungshelden. Und, ja, mal sehen. Vielleicht, vielleicht... Vielleicht machen wir in der nächsten Folge nochmal den Aufstand. Was ist los? Was gibt es für Probleme? Ist mein Team verwirrt? Man hört mich da nicht, oder? Also... So, was... Achso, ich bin bester. Wo stelle ich mich denn hin? Aber jetzt würde ich mich hierhin stellen. Stellen wir uns hin? Finde ich ungünstig. Ich würde mich gerne woanders hinstellen. Da oben zum Beispiel. Also, ich muss sagen, wenn es auf der Map hell ist, gefällt die mir besser. Hier so in der Nacht, muss ich sagen, da habe ich nicht so viel Spaß. Ne, das gefällt mir auch nicht. Scheiße. Weiß nicht, wo hin wird mir? So kann ich nichts angreifen. Schlecht. Ich mach's so, ich stelle mich hier in das Auto. So. Feierabend. Keine Sorgen, ich sing's jetzt nicht nochmal. Keine Sorgen, ich weiß nicht mehr. Da war mir schon klar, dass du das versuchst. Tja. Ganz so kernbehindert bin ich nämlich. So, Feierabend. Ganz kernbehindert, ich nicht sein. Uge. Na, ich hab's jetzt wunderschön. Wahrweise nicht, gell? Ne, Schild, geh weg. ne, Schild, geh weg. Uuh. ja das ist schon klar dass die von hinten kommt ich muss das mikrofon anfassen so naja gut ich bin noch mal das leute verteidigt das ziel mir einen preis jetzt geht es ja schon wieder auf dem sack das hat sich jetzt sehr dramatisch angehört nicht nachladen so nicht mein ernst naja geht mir schon so ein bisschen auf den zünder das muss ich zugeben mach ich seit ihr in das ok hey hallo ich darf mich schießen nein oha Bobcat hat mich getötet das Auto wäre mir lieber gewesen gewonnen ist gewonnen daran gibt es nichts zurück mehr Glück als Verstand 35% des Teamschans mit grad mal 8000 äh hier oh wir haben gegen eine Gruppe gespielt relativ groß sogar erster Sieg des Tages habe ich jetzt noch nicht gezockt tatsächlich habe ich noch nicht gezockt das ist abends das ist jetzt 21 für sie ich bin einfach so gut ja meine Leute Übungsgefecht immer noch schade oh Risa wäre ich gern geblieben das wäre das wäre cool aber naja gut voll ist denn mein Handy das geht so ich war grad voll im Element so eigentlich nicht aber okay cross cross okay ah hui hui na Angriff 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 ist immer ein bisschen schwieriger ist das Gefühl ups da war ein jawohl Torbjörn mit Angriff im Angriff Angriff mit Torbjörn so ok ja du schaffst es junger Mann ok du hast schöne Haare ich glaube Pondis mag mich ihr seid alle toll wir haben uns lieb wir besiegen den später ja gut die ich glaube ich war nicht als erstes an die Tür ich bin ich damit jetzt gerade nicht zufrieden ich mache das anders geht das so nein ich komme nicht hinterher mit reparieren the fuck so auch wenn das Geschütze da ein bisschen unpraktisch ist ich hätte es lieber woanders stehen ich hätte es echt lieber woanders stehen zum Beispiel Bier so da bekommst du nicht den Punkt recht gut rein na 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 oh god scheiße ja ich kümmere mich um den Punkt so da war kein Einmach so ich ziehe eine neue Position ich ziehe ich nehme das Ziel ich gehe ich mir steht keiner weg ich habe keine Ahnung ob Reaper noch da oben ist oder nicht ich will jetzt auch mal nicht hochgehen und gucken oh ist unsere nehmt meine Rüstung da Leute spendierlaune äh warte mal kann ich das das wird vielleicht nicht lange halten aber es ist besser als gar nichts von hinten wir haben hinten da rein boah habt ihr das gesehen was das für ein Headlord war ich bin einfach ein Gott ich bin so ein Gott jetzt mit dem Reparieren ist noch ein bisschen kritisch ich will ja keine Kritik äußern aber wo ist mein Team ja macht euch mal stark die Würderlau macht mir ein bisschen Angst ich muss mal hier irgendwie laufen ich bin verwirrt ja man ey ich bin jetzt so immer hier ja ey haha geil die anderen können einfach gar nichts wie sie einfach weg gemacht haben so sieht's aus so sieht's einfach aus ich wünschte ein Ranked wäre ich mal so gut oder die anderen nicht so gut ich noch was ist das für ein Highlight erstmal irgendwo hinschießen haha oh mein Gott wie peinlich ey hier der Tank der hat am Ende mein mein Dings mein Geschütz geschützt Gott Bier Goldmedaillen ich bin so gut nennt mich einfach Gott Hashtag gar nicht abgehoben und damit bedanke ich mich an dieser Stelle herzlich fürs Zuschauen noch viel Sitte in der nächsten Folge auch wieder mit dabei wenn es wieder heißt Augerwatch mit mir dem Steve haut rein alk ich bin cool ich bin cool als Base um das zum Beispiel bin ihr om